Hier präsentieren wir die 4 besten Stegmesser. Lass uns anfangen! Liste zu starten Nummer 4 Im Südwesten Frankreichs, im Departement Averon, werden seit Mitte des 19. Jahrhunderts die weltweit bekannten La Guiole Messer hergestellt. La Guiole in Aubrac zählt zu den besten Schmieden der Region, die sich besonders durch Qualität und Bewahrung der Tradition auszeichnen. Messer und Griffschalen werden aus edlen Materialien in Handarbeit gefertigt. Die Klingen ziert der berühmte Stierkopf. Die je nach Messertyp bis zu 216 Arbeitsschritte bei der Herstellung werden jeweils nur von einem Schmied ausgeführt. Das garantiert handwerkliche Qualität und macht jedes Messer zu einem Einzelstück. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Nummer 3 Wenn es für Sie wichtig ist, ein gutes Messer für Ihr Steg zu bekommen, dabei aber auch sparen wollen und nicht so viel ausgeben möchten, dann haben wir hier genau die richtige Wahl von dem renommierten Anbieter WMF für Sie. WMF Steg besteckt 12-teilig für 6 Personen in Holzkiste Psycromargan Edelstahlrostfrei 18-10 poliert bestehend aus 6 Messer und 6 Gabeln. Das Stegmesser hat eine besonders scharfe Klinge aus Spezialklingenstahl und ist mit einem Wellenschliff versehen. Der Griff liegt gut in der Hand um optimal mit dem Stegmesser schneiden zu können. Die Zinken der Gabel sind fein angeschliffen und sauber verarbeitet. Jedes Teil hat ein ausgewogenes Gewicht und eine angenehme Griffform und liegt dadurch besonders gut in der Hand. Das Formschöne der sichende Besteckteile ist zeitlos und greift aktuelle und trendgerechte Speisethemen auf. Die hochglanzpolierte Oberfläche verleiht den Artikeln eine edle Optik. Nummer 2 Wenn Sie auf der Suche nach Luxus sind, dann ist der Wüsthof 9716 Stegmessersatz genau das Richtige für Sie. In Deutschland produziert, mit einer sehr edlen Optik. Mit der extra scharfen Klinge lassen sich nicht nur Stegs hervorragend schneiden ein Muss bei allen Fleischgerichten. Die besondere Griffigkeit-Haptik und das außergewöhnlich harmonische Erscheinungsbild verleihen den Messern auf den ersten Blick eine perfekte Einzigartigkeit. Die Messer sind aus hochwertigem Chromolybden-Vanadium-Stahl geschmiedet. Der durchgehende Hall mit Doppelkröpf und die dreifachgenitäten Kunststoffschalen lassen die Professionalität und Robustheit der neuen Messer sofort erkennen. Und die Nummer 1 unserer Liste Die Makami-Stegmesser aus der Olivenholz-Serie zeichnen sich durch außerordentliche Schärfe und eleganter Optik aus. Die glatte Klinge aus deutschem Messerstein mit einer Rockwell-Härte von 56 Grad schneidet sauber durch die Fleischfasern. Auch die Zubereitung von Fleischgerichten sowie das Schneiden von gebratenem wird so zum Vergnügen. Für die Griffschale wurde Olivenholz aus Frankreich verwendet, das durch seine schöne Maserung und den hellen Holzton sehr edel wirkt. Darüber hinaus sorgt das feine Olivenholz für eine hervorragende Haptik des Messers. Der dreifach vernietete Griff liegt optimal ausbalanciert mit einer angenehmen Schwere in der Hand. Die 12,5 cm lange Klinge ist aus einem Stück gefertig, rostfrei, eisgehärtet und handgeschärft. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.